Hallo Freunde der Füße, ich habe mich markiert unter diesem Video mit der Frage, was ist das? Als erstes hören wir doch, ach, das sind wieder mal Warzen, die was verätzt worden sind, aber nein, das ist ganz was anderes. Und zwar haben wir hier einen Parasiten, Tungapenetrans, die Larve des Sandflohs. Der Sandfloh legt in die Haut Eier rein, daraus schlüpfen die Warzen, nee, die Larven, und dann fressen sich die Larven im Fleisch des Menschen satt. Am besten entfernt man das Ganze, denn würde man diese Larven drinnen lassen, können die Entzündungen verursachen und es kann bis zur Blutvergiftung führen und der Mensch, der das hat, kann daran sterben. Fast bin ich froh, dass es diesen Sandfloh bei uns nicht gibt.